schiff geht die dritte die dritte te quegete die die dritte die blubb die leute die dritte die ab bloben zuhause der scharf er ist die arme abhängig ich habe das wörtlich nicht verstanden Frau Bein, ja Wer ist die Arme? Frau Bein Das tut weh, das tut so weh Ey, wenn ich es akustisch nicht verstehe, kann ich auch Hör es wohl an, hinter mir auch Hörst du wohl Leck mich Ich rede nicht mehr mit dir Das ist doch mal geil Sehr tut weh Okay, das war dumm von dir Was? Nein, nicht von dir Achso Hoh mal lieber noch Dreck, das reicht nicht Ich habe irgendwie nicht das Verlangen, hier Dreck rauszuschauen Meisten Na los Zombie, 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 Zombie Sonst schmeiß ich dich mir gleich mit Dreck Wir müssen bis dahin noch alles auffüllen Äh, Leute sollen mir gerade einen Silberschaufel verloren Silbereisen Alter, was mit, 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 was? Du meinst mit Eisen, Schaufe, mein Was, wenn du mit Drops los hast, ey Silbereisen Ja, ich habe mein, 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 mein Pack, mein Language Pack heißt es Silber Du Gron-Kopierer Nein, bei mir ist es Silber Du Idiot Und ich habe dann so vor, Silber zu sagen, bevor ich kommt, gekannt habe Genau, hat jetzt auch gesagt Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt nicht gleich was zu essen kriege, dann kann ich mich gleich einsagen Einsagen Einsagen? Einsagen? Ist das eine Sarg oder was? Oh, 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 oh Sauber Ich esse jetzt mal eben etwas von meiner köstlichen Pilzsuppe Na klar noch Die du leicht versalzt hast Ein wenig extra in diese Abo O er muss man mal erzählen um ich glaube wieder hier kein Currywurst oder nein ja pass mal auf wir haben von einer Weile Currywurst gegessen echt dann pass auf ich bin ein riesiger Fan von Currywurst war richtig geil hab ich mir den genommen Curry genommen aus dem äh den Schrank ne hier Gewürzgeschrank hab schön Ketchup drauf gehauen oben Dings drauf mein Curry beißt in das Ding rein stell dann fest ähm Flasche sah gleich aus es war aber kein Curry na es gibt ne neue Art von Wurst Zimtwurst iiii das genau was ich auch gedacht Zimt und Curry sehen genau gleich aus o muss ich schon geil schminken immer Dreck ich hab kein Dreck zu kotzen war es ey ich greife mich gerade aus Ländern an nein Küber das war ein Haar schafft wurde m 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 am m m m es nachmitteln dort dort erliebt noch noch erliebt ich fühle mich so eingegrenzt in meinem Spielraum ha 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 stelle ich mal noch mal weiter hin guck mal her ey guck mal Hexer wir haben neue Attraktion spring mal oh ich hab Kohle gefunden beziehungsweise der Creeper hat Kohle gefunden ah ah ich brenne die Lenschoßerver scheiße ha ha darf ich den Tipp gehen du brennst die hier ist aber auch ein Feuerspringen und ich kriege den Schaden deswegen ha ha k vor allem was vorgeblieben und immer immer so und kriegen Schaden gerade auch er auch bei der Wolle Tja hier in der Kiste liegt ein Haar fast ein halber Stack muss man bei so aufnommen jetzt liegt ein Haar halber Stack da dran oder wollen wir für weiße Schafe ein bisschen mehr nehmen also was sind eigentlich die Hauptfarben ich weiß und weiß weiß und schwarz ha 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 ich warte auf die negativen kom 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 kommentiert ist weiß und schwarz sind keine Formen den Kontrast 3 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 4 3 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 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 14 14 14 14 14 15 15 Ich mein, den Bau ist doch nicht da, ne? Hm. Schrecklich sowas. Mhm. Was auf Fabrik hier ist auch nur Dreck, aber egal. So, ähm... Schaplings sind da. Wow, wir haben eine einzige an der Perle. Okay. Können wir bald mit anfangen. Ach ja, ich hab ne Rose, Nicole. Rose? Rose. Rote Rose. So, ich hab Rose verstanden. Ja, die hab ich auch an. Oder? Oh, ich. Ich glaub, dass du so'n Rose an hast. Die andere will jetzt aus unserem hier sparen. Chris, was machst du da? Tobi hast keine Rose an, ne? Oh mein Gott, Tobi, keine Rose an! Nicht den Kong! Du Ferkel! Hallo? Hm? Wir haben ja auch nicht geblieben. Es lacht einfach nur keiner, weil der nicht witzig war. Ich soll doch nicht lachen, weil wir reagieren. Lach, lach. Aua. Flache wird, Füße hoch. Dann wird doch nicht reagieren, wenn du so antwortest, ey. Alter, wie ganze Schafe hier in den Zaun hängen, ne? Ja! Was macht ihr da eigentlich? Gang... Nein, muss man jetzt nicht sagen. Party. Ja. Das gut ist gut. Gangparty mit denen. Das gut ist gut, Tobi. Das gut ist gut. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Meine hellgraue Wolle. Wofür? In der Kiste brauchst du nicht gucken. Warum brauch ich nicht gucken? Also muss ich jetzt so gesehen noch ein Gehege mehr ranklatschen. Ist ja auch überhaupt nicht übertrieben lang. Nööööög Na ja ein Gehege geht noch Danach müssen wir ein bisschen mehr angleichen Stell dir mal vor, wann es jetzt in 1,4 sollt's ja mehr Farben geben 1,4? Jaua also das wollten die jetzt noch nicht mit reinbringen Angeblich noch nicht. Also... die haben es aber geplant Ok, wir haben aber auch schon seit 6 oder 7 Versionen Dings geplant, Kickman Normale Oder sowas, weißt du? Ja gut, aber das ist nicht so schwer, also schwerer zu realisieren, als wenn du jetzt verschiedene Farben nimmst Da muss ja nur so ein bisschen... Das ist so schwer ist ein Mob einbauen gar nicht Naja, du musst die ganzen Bewegungen und so weiter halt haben Verkleinbar ist es nicht... nur mal, der Schildingkommend muss sich denn zu sagen, wir haben schon mit dem Arm sehr wie wir sollten die ganzen Bewegungen einspeichern nur mal in Weltkrieg, nur mal, normalparken das war krass So, sehr gut Weil ich würde mich freuen, wenn wir mehr Farben sind... mehr Schafe Wir haben jetzt noch so eine Frau wollte Wir haben jetzt von jeder Farbe minimum 1 Du, fuck die Schafe, ne? Dreh ich mich auf und steht ein Schaf in der mir, guckt mich doof in unser Gesicht eigentlich, ey Schiebt mich an, ey Ich hab gedacht, ich guck einen Teufel ins Gesicht, ey Okay, jetzt wissen wir, was Nico mit Teufel identifiziert Schaf gleich Teufel Ah, okay Wenn sie das geschieht, dann wird jeden Fall Oh Weiß Wirkaia oder Auru Von das denn geradeher Den be Machvine Danke So Aus kann ich jetzt nur ich gleich habe euch um das weg und zu erwähnen extra bereich für die die es geht haben im Oslo und zu gewinnen mussten sich gegen mich helfen die Schläge ein Springer an der Schläge weißt du haben sich bis zu acht Blöcke weit kaputtiert mit für mich geholfen was so nach so aufgrund der Kirche was du um es kommen von den Teamspielern um die haben geist nun die so scheiße ich bin wahrscheinlich meiner aber kein Steichlämmer machen